hallo alle leute ich möchte zeigen wie geht es jetzt bei diesem bad was ist jetzt gemacht also vor wochenende hier habe ich eine steigung gemacht für die work in dusche also das ist diese fläche mit dem esstisch gegossen und hier weiter ich gemacht mit ausgleichsmasse für die gerade schöne fläche und danach ich einmal die wände und decke gestrichen mit farbe mit grund und schon kabel drin gemacht alle für die spots alle kabel sind schon vorbereitet und sieht so hier kommen die fliese hier und hier hier kommt große spiegel diese diese fläche hier bleibt so nur hier ein kleines stück mit fliesen da kommt noch die revisions klappe und hier ein ventilator also luftung und natürlich muss noch zweites mal streichen mit weißer farbe also jetzt ist so alles ist vorbereitet für die batterie das ist alte batterie nur so nur mit wasser für wasser für waschbäck vorbereiten für toalette hier steckdosen auch schon gemacht also jetzt ist so wenn es zweite schichte mit farbe und mit beleuchtung und eventuell mit ventilator dass ich mache zweiter teil von dieser film und ich beginne auch streichen mit spezielle isolierung farbe also unter fliesen isolierung farbe spezielle gegen feuchtigkeit und so weiter und wenn das ist fertig dass ich mache zweiter teil von diesem film also jetzt ist so noch mal von hier schiene gerade boden da ist eine steigung hier kommt noch große glas glas scheibe so also wenn arbeit gehen weiter ich mache zweiter teil von diesem film also bis später also zweiter teil von letzten film also jetzt ist mit spezielle isolierung farbe gestrichen vor fliesen sieht so zweite schichte mit farbe die beleuchtung ist schon auch fertig diese stellen ist so gemacht die chef möchte so haben also da wo ist diese blaue farbe da überall kommt jetzt fliesen hier kommt natürlich die heizkörper hier sind die losche für die halter für heizkörper so ist revisions klappe für die strom für die alle lampen für trafo und hier ist vorbereitet für die abflusslinne hier mit alle dichtungen bänder und so weiter gemacht also alle alle ecke ist mit die spezielle band gemacht für die gute richtige dicht gegen wasser hier auch die manschetten das ist natürlich alte kommt neue schiene und so und jetzt beginne ich fliese aber jetzt ist so und hier kommt später schiene spiegel also wenn ich ich beginne die fliese ich mache nächsten film ich zeige wo und was geht es auch ich glaube zwei teile film erste wenn fliesen sind beginnt und zweiter wenn fliesen sind fertig aber jetzt an dieser zeit ist so hier kommt noch die ventilator ok also wenn gefällt das bitte so machen und das letzte mal tschüss und bleibt gesund